Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, eine kleine Spielanalyse, beziehungsweise heute mal nicht wirklich eine Analyse, aber ein paar Worte zum Spiel. 21. Bundesliga-Spieltag in Gladbach. Ich werde heute keine Noten verteilen für die einzelnen Spieler, das fühle ich heute nicht. Ja, heute können wir es so zusammenfassen, er ist beschissen worden, dann vercoacht. So würde ich das zusammenfassen. Wir haben gut angefangen. Also erstmal ein Wurzel der Aufstellung. Waren ja schon einige Überraschungen drin. Ja, aber nach dem Spiel in Paris, englische Woche und so, da kann man auch mal einen Blind von Anfang anbringen, auch wenn er nicht wirklich überzeugt hat. Und kann auch mal einen Grafenberg reinschmeißen und so, fand ich völlig in Ordnung. Man kann auch mal einen Musala draußen lassen. Ja, Sané kann man eh mal draußen lassen. Er hat auch nicht wirklich überzeugt, die letzten Spiele. Fand ich schon alles okay. Kann man machen. Wir haben auch gut angefangen, die ersten zehn Minuten. Ja, und dann wurden wir halt einfach aus dem Spiel genommen durch die rote Karte für Opa. Was auf keinen Fall eine rote Karte war. Ja, trotz Vereinsbrille auf. Selbst mein Stiefvater, der Gladbacher durch und durch ist, sagt, das war niemals eine rote Karte. Der Schiri hat absolut gegen uns gepfiffen. Das können wir mal ganz klar so festhalten. Plus allem, was dazugehört. Schöne Grüße gehen raus an Gera Berger, der das ja immer wieder prognostiziert hat. Heute war es definitiv mal so. Das war niemals ein Foul. Er hat ihn oben an der Schulter berührt. Völlig richtig. Player tritt sich selber in die Beine, fällt hin. Mein Gott, der Schiri war nicht auf unserer Seite. Dann ist es okay. Ja, das passiert völlig legitim. Was heißt, es ist nicht legitim, aber es passiert mal. Aber dass man dann da steht, ich weiß es nicht. Gefühlt waren es zehn Minuten, in Wirklichkeit waren es vielleicht zwei oder drei Minuten. Man steht da und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Also, wenn die Sache doch so klar ist, dann sagt man dem Schiri, jo, alles klar, weiterspielen. Wenn die Sache nicht so klar ist, dann schicke ich den Schiri doch raus und sage, guck dir das nochmal an. Weil er wird es ja anscheinend falsch gesehen haben aus seinem Winkel, wo er stand. Das ist nicht passiert. Nein, man wartet drei Minuten und dann, ja, ist eine rote Karte. Leute, aber ich mache das Fass jetzt Video-Assistance-Referee nicht wieder auf. Es ist halt einfach absoluter Schwachsinn. Das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft so viele Mannschaften in der Saison. Weiteres Beispiel zum Schiedsrichter. Der Kimmich wird direkt volles Rohr, ohne den Ball zu spielen, auf dem Fuß gelatscht. Mit den Stollen volles Fuhndrop, gar nichts, nichts. Koretzka. Im Kampf um den Ball, mit dem Ball, trifft ihn auf dem Fuß, auch mit den Stollen, aber nicht so krass, wie es beim Kimmich war. Gelb. Da hat man schon direkt gesehen, was der Schiedsrichter für eine Einstellung hatte. Und von daher war das Spiel gelaufen. Also Gladbach hat es in der zweiten Halbzeit super gemacht. Muss man ganz klar so sagen. Sie haben das ausgespielt, was man macht, wenn man elf gegen zehn spielt. Und wenn die zehn Mann, die auf dem Platz stehen, ein Spiel plus Reisestrapazen vom Dienstag in den Knochen haben. Man macht das Spielfeld breit und schiebt den Ball hin und her. Punkt. Haben sie gut gemacht nach der Führung. War abzusehen, dass es so laufen wird. Und wie kam es zu der Führung? Definitiv komplett vercoacht, Leute. Wir haben mit der einen Chance das 1 zu 1 gemacht. Komm, retten das 1 zu 1 auch eine Pause. Ja, Gladbach war wieder besser im Spiel. War am Drücker die letzten fünf Minuten in der ersten Halbzeit. Warum, warum zum Teufel, denke ich mir als Julian Nagelsmann. Weißt du was? Ich habe da jetzt die Bombenidee. Ich mache jetzt mal einen auf Pep Guardiola. Und ich stelle den Kimmich als Innenverteidiger in die Dreierkette hinten. Das mache ich. Das ist bestimmt super. Weil der Kimmich muss immer auf dem Feld stehen. Und auswechseln kann ich den nicht. Kann ich nicht dir Licht bringen. Also mache ich das mal so. Ja. Was passiert ist, haben wir gesehen. Das Tor war nicht die einzige Chance, die Gladbach in dieser Phase hatte. Wo das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, hat der Nagelsmann auch reagiert und hat dir Licht gebracht. Völliger Schwachsinn. Deswegen sage ich, komplett vercoacht. Spieler werde ich heute nicht benoten. Würde ich nicht einen, einen Vorwurf machen. Abgesehen von Knabry, der wieder extrem lauffaul war. Gerade wenn man eine rote Karte hat und nur noch zu zehnt auf dem Platz ist, muss man verlangen können von jedem Spieler, dass er sich in den Arsch aufreißt und läuft. Das habe ich auch bei jedem Spieler gesehen, außer beim Knabry. Ansonsten werde ich keine Spieler benoten. Aufs Spiel brauche ich nicht weiter eingehen. Ja, wie gesagt, Gladbach hat zweite Halbzeit gut gemacht. Hat das voll ausgespielt mit elf gegen zehn. Hat uns laufen lassen. Wir haben kaum Ballbesitzphasen gehabt. Ja, was auch normal ist. Das 3-2 habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Wo es 3-1 gefallen ist, habe ich die Glotze ausgemacht. Da war das Thema durch. Taylor hat es gemacht, habe ich gerade gesehen in den Statistiken hier. Da werfen wir jetzt auch kurz einen Blick rein. Freut mich für den Jungen. Wie gesagt, gesehen habe ich es nicht. Ja, also weiß ich nicht. Ich habe alles gesagt zu dem, wie das zustande gekommen ist. Ballbesitz 53-46, Abseits 0-4, Fouls 9-9. Gewonnene Zweikämpfe 55% auf unserer Seite. Schüsse aufs Tor 7-5. Schüsse insgesamt 17-13, Ecken 4-0. Angekommene Pässe 513-426, Flanken 8-8. Schüsse insgesamt Davis 1, Schupu 1, Musiala 1, Torschussvorlagen 2 Davis. Gewonnene Zweikämpfe Davis 9, Cancelo 7, Pavard 6. Ballkontakte 99, Pavard 85 blind oder blind. 74 Davis gefolgt worden. Interessiert uns nicht wirklich. Joa. Ich denke, damit können wir das Thema zumachen. Es ist immer wieder gegen Gladbach. Aber um nochmal auf das Vercoachen vielleicht nochmal ein bisschen ruhiger drauf einzugehen. Also es ist ja hinlänglich bekannt. Man muss sich ja nur mal die Ergebnisse angucken. Und ich denke, also wir sind ja ein Profiverein. Da gibt es ja Spielanalysten. Hast du nicht gesehen? Pipapo. Man weiß, dass Gladbach gut ist gegen starke Gegner. Weil Gladbach einfach kontern kann. Die können seit Jahren nichts anderes. Die können kein Fußball spielen. Guckt euch Gladbach gegen irgendeine Mannschaft an, die sich hinten rein stellt. Guckt euch die letzten Ergebnisse an. Kann Gladbach einfach nicht. Sind die einfach zu doof für. Haben die einfach kein Mittel gegen. Die können halt nichts außer kontern. Das weiß man. Das weiß man als FC Bayern. Natürlich stellt man sich als FC Bayern nicht hinten rein, wenn man 11 Spiele auf dem Platz hat. Wenn man aber zu 10 ist und hat am Dienstag ein Spiel gehabt mit Reisestrapazen. Und man hat das 1 zu 1 gemacht. Warum bringe ich da nicht die Licht rein? Man macht eine Fünferkette hinten. Schillt sich hinten rein. Lass Gladbach mal machen. Wir haben den Punkt. Man muss mal den Punkt mitnehmen mit 10 Mann und mit dem Hintergedanken. Was sollen wir uns totlaufen? Warum sind wir ins offene Messer gelaufen? Dann noch mit dem Kimmich da hinten drin, der da rumgeirrt ist wie ein wildes Huhn. Man hat gesehen, der guckte. Ich hebe das abseits auf. Ich muss mich noch bewegen. Völliger Schwachsinn. Aber das weiß man. Man hat es gesehen. Gladbach hat gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim eine Mannschaft ist, die nach vorne spielt. Gladbach hat ein gutes Spiel gegen Dortmund gemacht, gegen Leipzig. Ja, weil das Mannschaften sind, die Fußball spielen. Die vorne, die drauf gehen. Die machen auch gegen uns immer ein gutes Spiel, weil wir auch die Mannschaft sind, die spielt. Gladbach hat dann irgendwie 30% Ballbesitz und fährt halt ein Konter nach dem anderen. Das ist, was die fußballerisch können. Ist völlig legitim. Das Team spricht nichts dagegen. Aber man weiß das doch. Man weiß das doch auf unserer verfickten Seite, Alter. Und dann steht es 1 zu 1 zur Halbzeit. Wir sind 10 Mann. 80% der Spieler, die auf dem Platz sind, haben sich schon in der ersten Halbzeit verausgabt, weil sie gerannt sind wie die Idioten. Warum stelle ich mich da nicht hinten rein und fahrt dann einfach die zwei, drei Konter, die wir kriegen würden? Weil Gladbach kann sich nicht die Bälle nur in einem eigenen Reihen hin und her schieben, wenn sie zu Hause spielen und es jetzt 1 zu 1 steht. Und wenn sie es gemacht hätten, ihr Arschlecken, dann hätten wir den Punkt mitgenommen. Hätten sie nicht gemacht. Wir hätten mit Sicherheit unsere Konterschancen gekriegt und kontern können wir auch. Wir haben genug schnelle Spieler. I don't know. Deswegen sage ich komplett vercoacht. Und dann noch diese Kimmich-Ruschade da, was völliger Schwachsinn ist, völliger Schwachsinn war. Weiß ich nicht, warum man da unbedingt im Pep nacheifern muss. Da hat der Kimmich die Position öfter gespielt und das in der Viererkette und war nicht der zentrale Mann in der Dreierkette. Also I don't know why. Meine Meinung. Ja, wir haben es in den Kommentaren gehabt. Im Nachhinein können wir uns immer da hinstellen und klug scheißern. Ich meine, wir haben es gesehen. Nagelsmann wird es auch selber gemerkt haben. Sonst hätte er nicht das Licht eingewechselt nach 15 Minuten, wo es dann 2-1 stand. Da war es aber zu spät. Man hat es gesehen. Danach hat Gladbach das gemacht, was man machen muss gegen Zähmann. Hat das Spiel super breit gemacht und hat den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Wir sind gelaufen, gelaufen, gelaufen. Haben kaum Ballbesitz gehabt. Ja, alles richtig gemacht. Hätte ich nicht anders gemacht, wenn man 2-1 führt. Deswegen vercoacht. Gut, Leute. Das war es von meiner Seite heute. Kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kleines Wort vielleicht noch, weil ich hier Fonsi gerade sehe. Fonsi war heute auf jeden Fall verbessert. Muss man mal ganz klar sagen. Das nur am Rande. So, alle anderen Spieler. Wie gesagt, wir brauchen nichts bewerten heute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns zum nächsten Spiel wieder, wo wir vielleicht dann endlich mal einen Schiedsrichter haben, der uns nicht irgendwie verpfeift. Das wäre sehr schön. Plus den Fahr. Um hm. Koal. şey. Vielen Dank.